Globalisierung macht die Welt zum vernetzten Dorf. Doch Globalisierung bedeutet auch, dass organisierte Kriminalität zum Bestandteil wirtschaftlicher Transaktionen geworden ist. Geld, Korruption, Menschenhandel, organisierte Kriminalität kennt keine Grenzen. In vielen Ländern der Welt hat sie die Politik und den Alltag schon infiltriert, auch in Deutschland. Die Heinrich-Böll-Stiftung fördert deshalb den öffentlichen Diskurs. Dazu werfen wir den Blick in verschiedene Regionen der Welt. Elena Panfilova bringt Licht in die Schattenwirtschaft Russlands. Sie ist Gründerin und Direktorin der russischen Zentrale von Transparency International. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Entwicklung von Antikorruptionsstrategien und Korruptionsforschung. Was ist die Schwerpunkt der Bedingung für Sport? Die Schwerpunkt allerleihe, die verschiedene Schwerpunkte. Es ist die ganze Schwerpunkte. Es gibt die Tradition einer Genestein, die auf dem Kontext der Tarifisch und auch auf den Wegkommissenden Kontext der Traffikation. Es gibt die weniger traditionellenäisen, wie die Farbe medicinal- und die Schwerpunkte auch am besten ist der Mäger für mich. Die Schwerpunkte sind die Schwerpunkte. Und warum viele Schwerpunkte いう Schwerpunkte sind die Schwerpunkte? der Traditionen Mafia, Menschen, Menschen, die nicht gut leben können, weil es der Situation in den Ländern gibt. Es ist ein Triangle-Society, Korrupt Law Enforcement, und Korrupt Authorities. Welche Menschen profitieren von der Black-Market? Einige Menschen profitieren von der Black-Market. Sie leben einfach durch die Black-Market. Others leben einfach durch. Und ich denke, die Menschen, die ein bisschen mehr singen, versuchen sie zu erzeugen. Aber, unfortunately, in nicht in allen Ländern, das ist die Sprache gut gehört. Was ist die Verkaufelung? Was ist die Verkaufelung? Was ist die Verkaufelung? Sie kann manche Verkaufelung gegenwachen, aufwachen, aufwachen, aufhachen, dass die Black-Marken oftmals viel größer als in theoretischen Bibel, und natürlich, die es zu verabschieden, die es zu erzeugen, die es zu sagen, dass die Black-Marken von der Blumen, Die öffentliche Bevölkerung versteht besser, dass manchmal etwas, das legitim aussehen wird, ist in Wahrheit von Black Economy oder Organized Crime. Ignacio Cano erklärt den Einfluss der Kriminalität auf die Fußball-WM 2014 und Olympia 2016 in Brasilien. Der Soziologie-Professor forscht, berät und evaluiert zahlreiche Projekte zu den Themen öffentliche Sicherheit und Menschenrechte in vielen Ländern Lateinamerikas. Der Soziologie-Firmen und Militäry-Menn. Aber sie beide beherrscht Territorial Kontrolle, so dass die Menschen in diesen Territorien, in poor areas, in slums, sie müssen die Regeln der Lokal-Leader. So, praktisch, sie leben in die Mittel-Ages oder in Feudal-Times. Und wir müssen diese Populationen, die unter solchen Situationen leben. So, der neue Projekt hat, um die Situation zu verbessern, in so far 18 Gemeinden. Die Zahl der Kriminalität ist großartig, in den Hunderten, wahrscheinlich 1,000. So, der Lokal-Effekt ist immer noch limited. Aber wir hoffen, dass dieses Lokal-Effekt wird in einem System-Effekt. Die aktuellen Situation in Brasilien ist sehr, auf der einen Seite, aber es verbessert, auf der anderen Seite. So, für die letzten 5-6 Jahre, wir haben eine slighte Decline in Homicide-Rates, all over dem Land, insbesondere in St. Paolo und Rio de Janeiro. Die Fußball-Welt-Cup und die Olimpik-Games sind eine große Herausforderung für Rio de Janeiro, zu verändern, um die Stadt zu verändern, um die Städte zu reduzieren, um die Städte zu verändern und um die Stadt zu verändern, und auch die Sicherheit zu verändern. So, dass wir in der Welt sein, nicht nur weil wir eine schöne Stadt sind, sondern weil wir sehr viel, aber nur für die erste Grund. So, der Ziel ist, dass wir die Chance haben, um dieses Moment zu verändern, um die Realität zu verändern, um die Sicherheit zu haben, nicht nur während der Olimpik-Games, aber vor und vor und vor und vor und vor und vor. So, es gibt zwei Types von Umwelten. Es gibt die Leute, die nur mit den Olimpik-Games sind, also mit dem Planen und Präparation, über die Olimpik-Games und die Weltkup. So, policing während der Events, und die Sicherheit für die Menschen, 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 vor und vor und vor den Olimpik-Games. Bizi Olatero Olakbegi zeigt die Prozesse der Kriminalisierung in Nigeria auf. Sie arbeitet als Anwältin für Women's Consortium of Nigeria. 1997 war sie die Wegbereiterin für die Kampagne gegen den Frauenhandel in Nigeria. Wir haben diese Netzwerke in vielen Europäischen Ländern. Und stattdessen sie zu investigieren und zu breiten diese Netzwerke, von ihren eigenen Destinationen, sie versuchen sie zu den Juden. Denn wenn Sie das tun, dann sind Sie es neben dem Board. Wenn Sie das tun, dann können Sie die Traffekte und die Traffekte. Dann werden sie nicht mehr tun. Aber sie machen das nicht. Sie wollen sie einfach zurück in Nigeria. Und die Traffekte weiter mit Impunity. Und das hat auch, die powers des Staates zu stoppen. Denn die Nigerian government ist willing, hat die Politiker, aber sie nicht haben die Technikale know-how in investigating cases von Traffekte. Und dann, mit dem Fakt, dass wir keine skilled, well-trained police oder law enforcement authorities in diesem Bereich. Und, of course, corruption is also at the end, of course, getting this thing, every organized tram the catalyst is corruption. Ist es gut aus der Corruption in der ersten Substanz, wenn die Menschen verletzen, weil wir die Monen nicht verletzig sind, dann werden sie verletzendetieren. Da gibt es keine soziale amenities. Da gibt es nichts like Social Security. So, wenn Sie keine Arbeit, Sie nicht haben. Sie haben das Volumen. So, zu lösen, das Problem der EFCC, die nicht viel getan hat, dann wird das alles recycelt. Und die Regierung wird sich nicht mehr als Powerless. Die Probleme von Trafficking werden immer unabatet. Und stattdessen der Zeit, die es weitergeht. Bis zum nächsten Mal.